Ja, liebe Freunde, ganz herzlich willkommen zum 16. Börsendialog. Wir tun wieder in zwei bis drei Minuten etwas Wesentliches für unsere Altersvorsorge. Ich habe heute ein ganz aktuell wichtiges Thema für euch, wenn ihr in die Situation kommt, dann wirklich von euren Aktien-ETFs leben zu müssen im Alter. Da kam letzte Woche jemand zu mir, mir geht es da rein um Dividenden und Aktien und Dividenden-ETFs, damit ich im Alter entnehmen kann. Dem habe ich geantwortet, ist dir eigentlich bewusst, dass du in so einem Dividenden-ETF oder bei einer Dividenden-Aktie vielleicht maximal drei, dreieinhalb Prozent entnehmen kannst? Und ist dir das genug im Alter, von drei, dreieinhalb Prozent zu leben? Du musst ja womöglich das auch noch versteuern, was du da als Ertrag hast. Da bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Die bessere Alternative, ich habe das genommen, diesen Punkt aus der Zeitschrift Finanztest der Stiftung Warentest, die bessere Alternative ist es, mit den besten Wachstums-ETFs zu arbeiten, die die stärkste Performance jedes Jahr haben. Wenn zum Beispiel der ETF in den Nasdaq 100 15, 16 Prozent Performance im Jahr macht und du entnimmst hier etwas, dann hast du ganz andere finanzielle Möglichkeiten, als von drei Prozent eines Dividenden-ETFs zu leben. Dann gibt es das Argument, auch die Dividenden-ETFs neben ihrer Dividenden-Ausschüttung wachsen ja im Wert. Aber sie wachsen halt im Wert lang nicht so schnell wie die besten Wachstums-ETFs, wie die ETFs, die die beste Performance haben. Und ich persönlich, das ist nicht die Meinung der Stiftung Warentest, ich persönlich mag die globalen Technologie-ETFs oder auch die amerikanischen Technologie-ETFs, weil die sich in der Vergangenheit ganz ausgezeichnet entwickelt haben. Ich spreche da von zwischen 15 und 20 Prozent Performance im Jahr. Das sind ganz andere Werte. Und deswegen mein Rat, mein Gedanke, den ich heute mit euch teilen möchte, sich im Alter, wenn der Entnahmezeitpunkt eintritt, nicht auf Dividenden zu fokussieren, sondern auf die ETFs, die das beste Performance-Wachstum haben. Da ist eine ganz konkrete Konsequenz für deinen Lebensstandard. Der wird nämlich höher auf die Art und Weise. Einen lieben Gruß, Dorian.